Langfristig Muskulatur aufbauen möchtest und das Beste aus deinem Körper und aus deinem Training herausholen möchtest, dann musst du langfristig denken. Du wirst nicht von Woche 1 auf Woche 2 großartige Erfolge erzielen und du wirst selbst in zwei Monaten, wirst du nicht Welten bewegen. Aber wenn du den Scheiß für ein halbes Jahr machst, für ein Jahr machst, für eineinhalb Jahre machst, für zwei Jahre machst und immer weiter in kleinen Schritten vorankommst, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was da passiert.